Jenny kommt aus London und will hier bei uns ein deutsches Abitur machen. Ja, sucht sich doch einfach einen Freienplatz aus, Jenny. Vielleicht erkläre ich dir das ein andermal. Okay. Hey, ich habe überhaupt nichts gegen Lesben. Ich meine, sehe ich aus wie eine Lesbe? Ja, wie sieht eine Lesbe aus? Ja, keine Ahnung. Kurze Haare, Stämmig. Hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich nichts gegen Lesben habe, okay? Ich habe irgendwie genau das Gegenteil verstanden. Ja, weil du nicht richtig zuhörst. Nein, du hörst ihn richtig. Nicht mal dir selber und deswegen kapierst du auch nichts. Was meinst du denn? Nichts. Mach's gut. Was ist verdammt nochmal dein Problem mit mir? Das ist ein Problem mit dir. Das ist ein Problem mit mir.